hey hallo und herzlich willkommen heute kein richtiges video ich habe nur ein paar alte bilder mit dem ken burns effekt zusammen geschustert ich komme nicht richtigen tritt dieses jahr ich habe auf nichts richtig lust rausgehen vielleicht ist mir noch zu kalt eine alte ausrede aber ich habe keine motivation die waschbäraugen sagen aus ich würde im liegen bleiben vielleicht ein bisschen depression aber es fühlt sich auch nicht ganz so an nur diese lustlosigkeit ich weiß nicht wo das hinführen soll ich dachte ich 2022 starte ich richtig durch nachdem das letzte jahr eigentlich ganz positiv gelaufen ist für mich ich war viel unterwegs ich hatte viel spaß auch hier auf youtube habe wieder mehr unternommen es war schön aber anfang des jahres der januar ist irgendwie ganz seltsam bei mir ende dezember war schon nicht so toll aber ja vielleicht ist es einfach nur so eine phase und muss man irgendwie durch und ich müsste mich irgendwie manchmal selbst in den arsch treten aber keine ahnung die liebe ist weg die liebe zum leben also ich will mir jetzt nichts antun oder so keine angst aber keine ahnung ich kann es nicht richtig in worte fassen ich kann es nicht richtig beschreiben wenn man viele ziele hatte oder nur ein paar kleine ziele hatte und diese ziele jetzt aus den augen verliert das fällt schon irgendwie schwer und naja ich muss mal sehen wo das hinführt ich kann es euch jetzt nicht genau sagen keine ahnung vielleicht wieder sagt mein letztes video und es wird gar nichts mehr kommen der große abschicht drückt näher ja wir werden sehen wir werden sehen wo der weg mich hinführt wo euch hinführt bei uns alle entführt es liegt nicht immer komplett allein unsere hand aber naja wir werden sehen vielleicht kommt nichts mehr macht's gut bei bei doch aller let's bärle es wird schon noch weiter gehen